Hey du, Magier machen mich immer nervös. Geh woanders hin, hier gibt's nichts zu holen. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel hier nicht den starken Mandu-Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Ich lass mich auf deine Spielchen nicht ein. Ach, dann verschwinde doch, du Feigling. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Weil es ihr als Meister vielleicht gibt. Schade. Schade. Eiskole. Eiskole. Er schlägt uns ins Gesicht. Ey, ich brich dich mal hier raus aus dem Eis. So stark war ich doch nicht. Ah, dicker Troll. Troll ist immer. Das ist nur nochmal für sich. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Tja, zum Glück haben wir diese kuschelig-warme Rohwahn. Falsch. Hui, Stärke besagt. Ach, wir haben mal hier. Eintöpfe. Juck. Leckern Eintopf hier in dem warf. Kalten Gebiet. Ein Stück Fleisch. Nochmal speichern. Jetzt muss ich mal sehen. Wir durchrennen können einfach. Also die meisten hier. Gehen. Oh, das ist ein Stück. Oh, das ist ein Stück. Stoffelmark hier. Ohne Mana bist du voll wehrlos. Vielleicht hätten wir uns auch nochmal Mana-Trick gekauft. Warum immer so viele? Stopp nochmal. Wir hätten doch mit dem diskutieren sollen, dann hätte es vielleicht leicht geholfen. Ich habe das Gefühl, es wird dunkel. Ohne Trank. Ohne Trank. Ohne Trank. Ohne Trank. Hey! So! Backen! Oder was? Jetzt! Das ist eher verbacken. Ach! Oh! Ich hab mir nicht festgefroren. Ich dachte schon, bestimmt weil er gestorben ist. So! Schöne warme Suppe hier. Ja! Wir haben keine Eindöpfe mehr. Los! Schlürf die Eindöpfe weg! Noch einen Eintopf. Yeah! Gut! Noch die Grenzen in einen Topf. Schlürfe! Guck mal so ein bisschen Mana. Kann man nicht abkürzen, oder? Nicht, oder? Könnte. Ich weiß nicht. Kommt er da hoch? Bist du da hoch? Nein! Ach! Mann! Schade! Warte! Nichts zu plündern! Fein! Noch ein Wacholder. Oh ja, nein! Das heißt, ich muss dich nicht setzen. Oh ja, nein! Das ist das für ein Ring. Schutz vor Magie. Mana Bonus, die behalten wir natürlich. Das ist aber nicht lebenskraftlich auch gegen Mana, aber nicht tauschen gerne. Ein leichter Fisch. Noch ein Dietrich. Machen wir wieder bis morgens. Ja. Juuu. Gespannt. Ich muss das kurz schon rühren. Wir sollten demnächst dran denken, nicht mehr die Tränke zu nehmen. Außerhalb des Kampfes. Ja. So. Kommt hier hoch. Ich dachte, ich kann dich anwisieren. Springer, du. Ich dachte, ich kann dich anwisieren. Ich kann dich anwisieren. Ich kann mich anwisieren kurz. Hä? Ich könnte das gleich mal sehen. Ich kann mich anwisieren. und zack ach Mist das ist lustig bumm da komm wir pf nochmal bumm komm ich noch mal ein Malus Kundebocken ach verdammt tschi häh? wo ist denn da hin? na gut ach blöde krankheit da drin ist auf jeden Fall ein Schatz aber auch ganz viele Echsenmenschen da sind zwei komm mal an ich muss dich was fragen scheinbar schon ach ich wohne außerhalb des Kampfs die hier benutzen da vielleicht da auch nicht da auch nicht Oh, was war denn hier? Dass die hier auf dem Eis wächst. Och, ach, und so viele Dieter hier verbraucht für so nen Schrott, echt. Oh, was war denn hier?